... zu helfen, dass wir denn gerne tauschen werden. Ich würde dich in einen Menschen verwandeln. Du musst es lediglich schaffen, dass sich Prinz Herbstblatt in dich verliebt. Und wenn er dir das war, lieb einen Kuss, lieb, bevor die Sonne untergeht, wirst du für ihn ein Mensch bleiben. Und dafür wäre ich von dem Nichts weiter als deine Stimme. Meine Stimme? Die Stimme? Die Stimme? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.